Das muss ich den Volksmusikfreunden ja sicher nicht besonders vorstellen, aber bitte, lassen Sie mir den Genuss, dass ich das jetzt doch noch machen darf. Am Klavier setzt Claudio Gnür, am Bass Ueli Moser, an der Klarinette Vili Valotti, habe ich es umgekehrt, am Akkordeon und am Klarinette Bruno Sifrig. Und, ich bin so beeindruckt, spielt dort jetzt unsere Wunder-Ziemensetzungsstücke «Männertreu» von Albert Hagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017